Hallo Boys und Girls und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein weiteres Mal haben wir ein Dreigestirn von Filmen für euch. Als erstes hört ihr die Kritik zu The Mortary. Klingt einigermaßen bedrohlich, aber ob sich dieser Titel bewahrheitet, das könnt ihr von Mo und Sven erfahren. Dann haben wir Mein Liebhaber, der Esel und ich. Klingt ein kleines bisschen erotisch, aber höchstwahrscheinlich ist er das gar nicht, sondern garantiert ein kleines bisschen jugendfreier. Aber das erfahrt ihr von Paul und Stu. Und als letztes haben wir Regeln an Band bei hoher Geschwindigkeit. Diesen besprechen Jonas und Matthias. Und was das genau ist, das könnt ihr natürlich von ihnen erfahren. Und von euch möchten wir natürlich gerne erfahren, wie euch die Folgen und Besprechungen allgemein gefallen. Also lasst uns doch bitte einen Like und einen Kommentar da und teilt uns fleißig. Wir sind auf allen möglichen Plattformen vertreten. Ihr könnt uns auf YouTube hören. Ihr könnt uns auf iTunes hören. Und halt bei so vielen verschiedenen Plattformen. Wir freuen uns immer tierisch über Feedback und über das Teilen. Wir sind so knapp 50 Jungs und Mädels und wir tun unser Bestes, dass ihr unterhalten werdet und aber auch informiert werdet von unseren Kritiken. Also bitte seid doch so lieb. Das hilft uns sehr und es freut uns sehr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude mit den folgenden Kritiken. Bis dann. Direkt aus der Leichenhalle kommt der Mo und am anderen Ende. Wer ist da? Der Sven. Hallo. Genau. Mo und Sven aus der Leichenhalle hier für euch beim Telestammtisch. Heute geht es um den neuen Horror-Schocker The Mortuary. Übersetzt heißt das so viel wie die Leichenhalle. Deswegen das Intro. Hast du mitgekriegt, ne? Ja, ja, ja. Ganz souverän hier reingebeamt. Der deutsche Untertitel, jeder Tod hat seine Geschichte. Der neue Film von Ryan Spindle und der Sven erzählt uns mal kurz, worum es geht. Also, bei dem Leichenbestatter Montgomery Dark taucht eine junge Frau auf, die möchte sich für eine Stelle bewerben, die ausgeschrieben ist. Und sie entwickelt eine morbide Faszination an allem, was Tod, Verderben und sonst irgendwelche Dinge betrifft. Gerade weil auch der gute Herr Montgomery Dark auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend aussieht, sondern eher so in die Richtung Tallman aus das Böse geht. Jedenfalls lässt es sich von ihm vier bizarre, blutige, spannende Geschichten erzählen. Und darum geht es. Es ist eine Anthologie, die am Ende nochmal was zusammenfasst, aber ansonsten drei in sich abgeschlossene Geschichten bietet. Und die vierte ist dann ein Verbindungsglied. Genau. Anthologie, für alle, die das nicht wissen, eine Reihe von Kurzfilmen, die mit etwas Subtext zu einem Ganzen gemacht sind, oftmals zu einem Thema. Und das haben wir hier. Es ist alles blutig, es ist alles gruselig. Und haben wir lange nicht mehr gesehen sowas. Also, ich erinnere mich noch so an Crypt Keepers, die Geschichten aus der Gruff. Das waren solche Sachen vielleicht auch noch... Ich habe noch Dinge aufgeschrieben. Amazing Stories von Steven Spielberg. Das war auch mal so eine Kurzfilm-Kurzfilm-Reihe, die auch sehr gut war. Und die ist auch genauso, also die ist auch so in dem Stil gemacht. Klar ist es jetzt hier etwas härter, aber... Ja, aber es geht eigentlich. Es ist der Zeit, glaube ich, angemessen. Was mich gefreut hat, mal wieder Clancy Brown zu sehen als Montgomery Dark. Clancy Brown wird euch was sagen aus Filmen wie die verurteilten Starship Troopers, aber maßgeblich natürlich auch als der Gegenspieler vom Highlander. Es kann nur einen geben. Auch Caitlin Fischer als furchtloses Sam, die halt sich bei ihm da um eine Stelle bewirbt, macht ihren Job ziemlich gut und ist halt eben das Key-Element in der letzten Geschichte. Und mit der hat auch für Ryan Spindle eigentlich alles angefangen. Die Kurzgeschichte The Babysitter Murders ist hier das Masterpiece am Ende. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, tut dem aber gar nichts. Ist einfach ein schöner Twist auf eine Gruselgeschichte. Wie haben dir die anderen drei Geschichten gefallen? Ja, bis auf... Also es gibt gute und es gibt schlechte. Die erste ist, ich nenne sie Darth Bart, ohne genug zu verraten damit. Und sie ist für mich zu kurz, sie ist knackig. Das sind sie alle, deswegen kommt auch keine Langeweile auf. Sie sind auch blutig, sie sind... Sie haben viel schwarzen Humor teilweise drin. Und ja, dadurch, dass sie kurz und knackig sind, kommt, wie gesagt, keine Langeweile auf. Die Sachen machen... Die Leute machen ihre Sache gut. Es ist alles verständlich. Und es gibt auch, finde ich, eine sehr, sehr geile Aufnahme. Die ist bei der dritten Geschichte im Fahrstuhl mit dem Blut. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist Hammer gemacht. Ja, das ist... Unterschreibe ich. Ja, ja, ja. Also wir sehen hier schon so, dass die meisten Geschichten, die spielen in... Also die erste Geschichte spielt irgendwie in den 50ern. Bei der zweiten Geschichte ist das gar nicht so richtig zu sagen. Und bei drei ist das die Jetzt-Zeit. Und die letzte, die vierte Geschichte, Babysitter-Mörder, das ist auf jeden Fall ganz klar an die 80er angelehnt. An den Hype, den es da gibt. Aber alles zusammen ist das eine schöne Melange. Und es wird tatsächlich nicht langweilig. Bei 108 Minuten ist man hier bestens amüsiert. Wir können nicht so viel auf die Geschichten eingehen, weil das würde den ganzen Spaß hier nehmen. Hier kriegt ihr halt etwas... Das ist jetzt nicht der harte Horror. Sondern das ist eher auch das, wo man ein bisschen wegschmunzeln kann, was man auf dem Sofa gucken kann, was einen vielleicht ein bisschen auch erinnert an Videoabende, die man früher mal hatte. Also so ging es mir zumindest. Und klar sind... Bei der ersten Geschichte ist schon so ein bisschen was vorhersehbar. Aber schon die zweite Geschichte macht einen Twist, den ich vorher noch nicht so gesehen habe. Zumindest nicht so blutig. Sonst fallen mir jetzt andere Titel ein, die das schon mal gemacht haben. Aber wenn wir die jetzt sagen, dann wisst ihr direkt den Hauptgag. Und das ist dann auch spaßfrei. Die dritte Geschichte fand ich schön morbid. Also ein Mann, der seine katatonische Frau pflegt und einfach an seine Grenzen gerät. Und wie er mit dem Ganzen umgeht und was dann passiert, ist schon echt bitter. Ja. Und wie gesagt, wir kommen immer wieder zur letzten Geschichte. Babysitter-Mörder ist ein Ding für sich. Das ist am rundesten. Das merkt man, dass das auch das Key-Element ist. Und der Ryan Spindle hat sich damit quasi auch die Fahrkarte erkauft, auch demnächst mit 50 States of Fright, einer Serie, die Sam Raimi produzieren wird. Auch wieder bei Netflix da einen Namen zu machen. Auch eine Anthologie von bösen Geschichten, wo er sicherlich nicht als einziger mitmacht, aber halt eben auch mitmachen darf. Und da habe ich auch schon Bock drauf. Ja, definitiv. Sam Raimi kennt ja auch, also ich meine, den Namen braucht man nicht sagen. Für seine Gruselsachen weiß man wahrscheinlich genau, wer Sam Raimi ist. Ich sage nur Tanz der Teufel. Oder halt eben auch für die Leute, die nicht so auf Grusel stehen. Der hatte seine Finger auch schon mal an einem Spinnenfilm dran. Ich hoffe halt wirklich, dass er vielleicht Clancy Brown dazu überreden kann, da eine kleine Reihe draus zu machen. Weil, also ich mag ihn. Er ist einer meiner ewigen, er gehört in die ewige zweite Reihe, finde ich. Das ist so einer der Schauspieler, wo auch Settler und Fincher, das sind so Charaktere, die ja, die immer so in der zweiten Reihe stehen, was wirklich schade ist. Und er hat im Original eine richtig schön düstere Stimme. Und das passt auch alles wirklich perfekt für den ersten langen Film. Hut ab. Ja, das sehe ich ganz genau drauf. Also ich habe, ja, wir haben es schon gesagt, wir haben uns alle beide nicht gelangweilt. Das ist ein schöner Film. Der macht Spaß. Wie gesagt, wir können hier nicht lange rumlehnen. Deswegen wird das wahrscheinlich eine relativ kurze Besprechung von uns beiden. Denn wir können euch nur sagen, der Film kommt am 29.10. in die Kinos. Da drücken wir mal die Daumen, dass das so ist. Wenn das so ist, passt das ja. Das ist genau zu Halloween mit ein bisschen Popcorn. Ist das genau das richtige Ding? Hirn aus, ein bisschen Blut, ein bisschen Spaß, ein bisschen... So was in der Art. Und da könnt ihr ja mal sehen, ob ihr unserer Meinung seid, dass Clancy Brown auf jeden Fall mehr machen dürfte. Ich sehe den gerne. Und er macht einen guten Job. Und auch Caitlin Fischer. Da dürfen wir wahrscheinlich einiges noch erwarten. Magst du uns dein blutiges Fazit mal raushauen? Kurzknackig, spannend, witzig, blutig. Clancy Brown. Wer Cryptkeeper oder Amazing Stories damals gesuchtet hat, was ich auch wirklich immer heute auch gerne noch tue, immer wieder mal reinschauen, der ist da richtig. Ich vergebe vier Leichenteile von fünf. Schönes Ding, Leichenteile. Njam, njam, njam. Ich bin dabei. Ich gebe auch vier blutig abgeschnittene, mit Glibber versehene Körperteile. Ihr könnt da nicht viel falsch machen. Der Film hat jetzt schon eine 6,8 Rating auf IMDb. Das ist kein Katzendreck, Freunde. Guckt euch den an. Unterstützt euer Kino. Und unterstützt auch gerne weiter uns, indem ihr hier immer schön brav den neuesten Tratsch und Klatsch euch anhört von uns. Mo ist fertig. Ich sag tschüss. Ich hau auch aus. Ciao, ciao. Hallo und IA beim Tele-Stammtisch. Bei der Besprechung des Films mein Liebhaber, der Esel und ich. Und ich bin nicht der Liebhaber. Ich bin auch nicht der Esel. Ich bin der Stu. Und an meiner Seite ist der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Paul, sei ehrlich. Bist du mehr der Typ Liebhaber oder mehr der Typ Esel? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Ja, beim Tele-Stammtisch erfahrt ihr es zuerst. Ich bin das Ich aus dem Titel. Ah, okay. Gut. Ich, ja. Okay. Das passt, denn du bist wirklich der Star dieser Besprechung. Denn ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich weiß, der kommt am 22. Oktober in die Kinos. Und ich weiß, dass in dem Film ein Liebhaber, ein Esel und ein Ich vorkommt. Ich glaube, bei dem Ich handelt es sich nicht um Paul, sondern um jemand anderes. Deswegen, Paul, klär uns auf. Worum geht es in dem Film? Es geht um eine Frau oder besser gesagt eine Lehrerin, die will in den Ferien mit, ja eigentlich Zeit, mit ihrem heimlichen Liebhaber verbringen. Und dieser heimliche Liebhaber, der hat aber eigentlich so selbst eine kleine Familie, mit denen er in den Ferien, ja, in die Berge oder auf so einen Trekking-Urlaub fährt. Beziehungsweise dann die ganze Zeit herumwandert. Ja, sie reist ihm nach. Unter Umständen hat sie dann einen Esel an der Backe, den sie da dann die ganze Zeit auf dem Trekking-Marsch mitnimmt. Und dann kommt es zu Verstrickungen. Dann begegnet sie ihrem Liebhaber. Aber ja. Okay, klingt nicht so aufregend, wenn ich ehrlich bin. Nö, es ist halt vielleicht so eine typische französische Komödie, ein Feel-Good-Film, eine kleine Romanze, so in die Richtung. Weißt du, was echt schlimm ist? Es ist Filme, wo auf dem Poster steht, die neue Erfolgskomödie aus Frankreich. Das ist für mich immer schon so ein Warnzeichen. Ja, ich muss sagen, ich kann mit, nicht mit allen, aber mit vielen Komödien aus Frankreich zumindest, ich mag manchmal die Atmosphäre, die gefällt mir manchmal, auch dieses Feel-Good-Thema. So, das ist mal für einen Abend, fühle ich mich da ganz wohl drin. Und hier war es jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fall. Okay. Ist es denn ein Film, der, sage ich mal, eine breite Zuschauerschaft anspricht? Oder spricht er eher so einsame Lehrerin um die... Nein, ich glaube, der hat schon eine ziemlich breite Zielgruppe. Also zumindest, ich würde sagen, jeder, der französische Feel-Good-Movies oder Komödien überhaupt aus Frankreich mag, der kommt jetzt hier meistens auf seine Kosten. Wie gesagt, bei mir war es jetzt nicht so der Fall, weil mir der Film auch irgendwann auf die Nerven gegangen ist. Gerade was den titelgebenden Esel angibt, den ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig sehen konnte. Denn wenn sie dann dort diesen Trekking-Urlaub macht und durch die Wälder oder über die Landschaften da stolziert und dann der Esel stehen bleibt und sie darüber meckert, warum er denn nicht weiterläuft. Also das war mir so ein-, zwei- oder dreimal zu viel in diesem Film. Okay. Ist denn der Esel... Das ist interessant. Wer hat mehr Screentime, der Esel oder der Liebhaber? Der Esel. Ja, natürlich hat man sich auch... Also ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber der deutsche Titel hat mein Liebhaber, der Esel und ich. Verstehst du? Ja, egal. Ja, ich verstehe es schon, aber ich möchte jetzt hier nicht unbedingt das aussprechen, was ich denke, weil es könnten ja auch Kinder zuhören. Deswegen. Aber es ist... Naja, wie soll ich sagen? Es könnte schon sein, dass... Ich meine, sie alleine in den Bergen, nur der Esel dabei, das fühlt sich... Nein, du weißt schon. Also... Es geht, um dich mal auf andere Gedanken zu bringen, also es ist dann schon eher eine Selbstfindungsreise von ihr vielleicht, also sie führt dann immer Gespräche mit dem Esel, sie vertraut ihm so ihre Beziehung an oder sie findet dann so mehr über ihre Beziehung heraus, indem sie eben mit diesem Tier spricht oder lernt halt auch andere Leute dann kennen, dadurch, dass sie diesen Esel dabei hat, der nicht unbedingt immer auf sie hört. Ja, es ist so ein kleiner Roadtrip letztendlich, ohne Auto, aber halt mit Esel im Gepäck. Und immer an den Stationen begegnet sie dann quasi den anderen Touristen oder auch eben ihren Liebhaber und seiner Familie, die dann immer auf sie warten, weil sie die Einzige ist oder mit... Eine der wenigen ist, die mit einem Esel unterwegs ist. Okay, ist es denn so, ich nenne das immer Postkartenfilm, weil es gibt so Filme, die haben einfach so Bilder, die sehen aus, als ob die von der Postkarte entnommen worden sind. Ja, das mit der Postkarte auf jeden Fall. Also es ist immer schönes Wetter, zumindest habe ich es in Erinnerung. Also man sieht wirklich schöne, sonnige Landschaften. Man wechselt sich so auch ein bisschen mit dem Landschaftstyp ab, was ich manchmal ein bisschen verwirrend fand. Da wirkte das für mich nicht ganz so organisch, weil irgendwie erst gehen sie durch ein Stück Wald, dann gibt es eine Blende und dann ist plötzlich nichts mehr von dem Wald zu sehen. Also dann sieht man eine Großaufnahme von der Landschaft, wo man in der Ferne wirklich nichts von dem Wald sieht. Das fand ich okay. Ja. Das klingt alles so eher unaufregend. Ist das vielleicht auch eine Stärke des Films oder eher eine Schwäche? Es kommt wahrscheinlich darauf an, was man von diesem Genre erwartet. Ich hatte eigentlich von der Handlung an sich her nichts weiter erwartet. Ich wollte eigentlich, also die Prämisse an sich, okay, hatte ich gedacht, okay. Könnte zumindest mich für die eine Stunde 37 unterhalten. Dann streut man da aber so diese diese Charaktere eben rein, die wirklich so mit der Zeit anstrengend sind oder so. Da war ich dann nicht mehr ganz so angetan von. Deswegen von der Handlung her würde ich sagen, das geht noch. Also für dieses Genre ist das okay. Was man dann mit den verschiedenen Charakteren daraus macht, war mir einerseits vielleicht ein bisschen zu klischeehaft und auf der anderen Seite auch nicht wirklich unterhaltsam. Und wie macht sich die Hauptdarstellerin so, die, oh Gott, Laura Calamny, ich habe das jetzt bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber tut mir leid, die hat zuvor unter anderem gespielt in Sybil, Therapie zwecklos, der, glaube ich, ganz gut wegkam bei der Kritik. Wie ist es so? Also weil, wenn ich es richtig verstehe, muss sie halt wirklich den Film mit einem Esel zusammentragen. Ja, sie spielt das, was ihre Figur wahrscheinlich die ganze Zeit über sein soll. Und mir war es eben ein bisschen zu anstrengend. Und dann frage ich mich eben auch, inwieweit sie da war als Schauspielerin für kann. Das fand ich mir immer ein bisschen holprig. Aber das muss, also das glaube ich nicht, dass das an ihr liegt, sondern ganz einfach daran, wie die Figur in Szene gesetzt ist. Ja. Glaubst du denn, dass es ein Film ist, wo man einfach ins Kino gehen kann, dann 90 Minuten lang sich berieselt, man kommt raus, hat dann gute Laune und nach einer halben Stunde hat man die Hälfte wieder vergessen? Ist das so eine Art von Filmen? Ja, ich glaube schon. Der tut keinem weh. Der ist, für das, was er ist, ist ja okay. Wie gesagt, er ging mir manchmal auf die Nerven, aber das muss jetzt auch nur aus meiner Sicht so sein. Ich glaube durchaus, dass wenn Leute da wieder reingehen, deren Humor getroffen wird, dass die da eine schöne 90 Minuten im Kino haben. Ja, man hat ihn dann aber auch genauso schnell wieder vergessen. Okay. Klingt nach irgendwie, ja, mittelmäßig insgesamt. Aber, das kannst du uns jetzt sagen, denn ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Wir müssen noch herausklamüsern, welche Punkte wir vergeben. Und das kannst du jetzt entscheiden, weil ich habe die für mich gesehen. Mietesel. Okay, wir geben Mietesel. Und ich lese gerade, dass der Esel auch einen Namen hat. Ach ja, Patrick. Ja, Patrick. Oh, Patrick. Genau. Patrick, okay. Der Mietesel. Ja, dann kannst du jetzt geben 0 bis 5 Mietesel. Oh, das wird jetzt aber makaber. Jetzt kann ich ja keinen halben Esel geben, oder? Doch, kannst du schon. Peter ist nicht bei uns aktiv. Ja, ich bleib, wie gesagt, ich gebe es mal, also aus meiner Sicht sind es, wären es zwei Mietesel. Aber ich glaube, für die, für wirklich viel gut Filmfans, wären es vielleicht auch drei bis dreieinhalb Mietesel. Weil die da durchaus Spaß, und es ist halt so, was Sommerliches. Und vielleicht passt es auch ein bisschen in die Jahreszeit, jetzt wo es draußen eher kühler ist, dann doch nochmal so ein kleiner Abstecher in den Sommer zu machen. Der tut keinem weh, der Film. Der kann sicherlich. Und hey, er kommt ins Kino, und das ist sowieso, so oder so, egal wie der Film, es ist einfach großartig, dass der ins Kino kommt. Genau. Wir haben ja eh eine ganz besondere Kinozeit. Ja. Dann möchte ich diesen Podcast, diese Besprechung, beenden mit Fickdich2020 und mich bei dir bedanken dafür, dass du dich mit Antoinette und Patrick durch, ja, durch die französische schöne Gegend, wo spielt das nochmal? Äh, äh, ja, keine Ahnung. Ja, ist ja egal, guck den Film, man wisst ja selbst so. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören und Paul, du darfst dich dann auch noch abschieben und dann machen wir hier einen Deckel-Drupp. Dankeschön auch an dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo an alle Filmfunk-Interessierten da draußen an euren Endgeräten. Wir freuen uns darauf, euch heute im Rahmen des Tele-Stammtischs einen ganz besonderen Film vorstellen zu dürfen. Eine Dokumentation, die es wirklich in sich hat, nämlich Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Wir, das sind Jonas aus Hamburg, moin moin, und Matthias aus Chemnitz. Ihr kennt uns vielleicht noch von der Berlinale, wo wir euch von unserem Filmmarathon auf dem Festival berichtet haben und auch der Film, den wir heute für euch besprechen, hat auf Festivals für Furore gesorgt. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, in der deutschen Provinz, genauer Reda-Wiedenbrück, eine Stadt, die auch gerade wieder Schlagzeilen macht, kämpfen Leiharbeiterinnen ums Überleben. Auf der anderen Seite sehen wir Aktivistinnen, die ihre Rechte mit Behörden und Institutionen streiten und als dritten Strang vielleicht in München probt eine Theaterklasse ein Stück von Brecht und denkt über die deutschen Wirtschaftsstrukturen nach. Wir befinden uns im Schlachthof. Das Thema Schlachthof ist momentan überhaupt nicht an Aktualität zu überbieten. Der Film kriegt von mir ein ganz klares Daumen hoch, weil er als ein zentrales Thema die Ungleichheit und Arbeitsbedingungen der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter behandelt, wohingegen der Film heute oder das Thema meine ich heute auch eher als ein Gefahrenort im Rahmen von Corona immer wieder Schlagzeilen macht. Wie gesagt, mich hat der Film überzeugt. Wir werden ihn jetzt für euch analysieren. Vielleicht bevor wir das machen noch mal ein paar wichtige Facts zum Film. Den Titel noch mal Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit ganz aktuell lief auf dem Filmfest, auf dem Dockfest in München an. Buch und Regie führt Julia Lokschiner. Vielleicht wichtig hier zu erwähnen, Absolventin der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Erstlingsfilm. Ich finde, das ist, wenn wir darüber sprechen, sehr beeindruckend. Und vielleicht, um noch ein paar andere Namen kurz vorweg zu nennen, weil das, finde ich, für den Film auch eine hohe Rolle gespielt hat. Die Kamera macht Zeno Legner und Lili Pongratz und die Editorin, auf die wir sicher noch zurückkommen werden, ist Urte Alfs gewesen. Der Film hat den Preis für den Opelspreis für den besten Dokumentarfilm auf dem Dockfest-Film in München gewonnen. Aber jetzt genug der Facts. Vielleicht, Jonas, magst du mal einsteigen, dass wir uns den zentralen Themen und Inhalten des Films zuwenden können? Sehr gerne, Matthias. Erstmal vielen Dank für dein Intro und auch fürs Zuhören an die Zuhörer da draußen. Also, ich fand den Film ziemlich gut. Er ist echt sehr stark. Gerade als Erstlingswerk muss man sagen, Hut ab. Ich finde auch, dass er tatsächlich weitergeht als so eine klassische Doku, die man sich jetzt so vorstellt, weil nämlich so Parallelen gezogen werden zwischen dem eigentlichen Thema und quasi diesem Parallelthema, diesem Stück, was vorgeführt wird von einer oder geprobt wird von einer Schulklasse und man sich so quasi auf zwei Ebenen eigentlich diesem Thema nähert und das Thema, um das es geht, ist eigentlich, oder würde ich sagen, so ein bisschen Klassengerechtigkeit oder auch genau, halt die unteren Lohn Sparten in Deutschland, wie die zurechtkommen müssen und genau, also eigentlich Gastarbeiter im Schlachthof. Und das ist ja total interessant, wenn man sich überlegt, dass einfach diese zwei Themen fast schon wie zufällig zusammenfinden, indem man auf der einen Seite halt die aktuelle Situation in den Schlachthöfen hat und auf der anderen Seite dieses Brecht-Stück Die heilige Johanna der Schlachthöfe, ein Stück, was glaube ich vor über 60 Jahren uraufgeführt wurde und was die Thematik der Kapitalismuskritik, die du gerade so schön gezeigt hast und das Elend der Arbeiterinnen und Arbeiter halt genau an diesem Ort der Schlachthöfe zeigt. Man hat ja fast das Gefühl, das wäre sozusagen montiert, aber es ist ja wirklich, es passt ja wahnsinnig gut die zwei Stoffe aufeinander, die dann ineinander verwoben werden in dem Film, finde ich. Genau, und es greift halt so langsam Zahn in Zahn, dass die Zahnräder zusammenlaufen und am Ende sich das wirklich sehr gut verbindet und was ich auch an dem Film einfach klasse fand, waren die Protagonisten, die sehr gut gewählt waren, wie ich fand, also wirklich eine große Leistung, diese Leute gefunden zu haben, einmal die Leute direkt da mit Tönnies oder auch vor allem die Sozialarbeiterin, die da sich kümmert um die Tönnies-Mitarbeiter oder die sozial schwachen Leute da in der Region und es gibt mehrere emotionale Höhepunkte, würde ich sagen, wo auch gerade diese Sozialarbeiterin einen so ein bisschen mitnimmt, durchführt, miterleben lässt, was ich ja total stark fand in dem Film, da wurde ich nochmal überrascht zum Ende hin und hatte da teilweise Tränen in den Augen, das war einfach sehr emotional auch und genau, man bekommt über den Film hinweg Einblicke in diese einzelnen Schicksale und Lebensläufe und genau, das ist einfach ziemlich gut gemacht, fand ich, ziemlich gut fügt sich das alles zusammen und dadurch, dass man diese Schulklasse hat, die eben dieses Theaterstück aufführt, wird das Ganze auch in so einen größeren Kontext noch gebracht und was ich da so besonders fand, dass man ja eigentlich auch diese Diskussion, also die Schüler, die da proben, die diskutieren auch über das Stück und man bekommt eigentlich mit, dass natürlich auch, also vor allem die Jugend natürlich für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit einsteht und dass eigentlich allen klar ist, aber wir über die Zeit hinweg irgendwie in unserem System so an Ungerechtigkeit gewöhnt werden, dass wir sie nicht mehr sehen und nichts mehr dagegen tun und einfach alles so weiter laufen lassen und das ist so ein bisschen auch die Aussage des Stückes, die die Schüler da aufführen und auch Thema, des Films. Ich würde dir da komplett zustimmen, ich finde tatsächlich auch, dass dieses Ineinanderweben dieser verschiedenen Themen, die sich teilweise auch im Sinne der Musik oder des Kommentars überlappen, wahnsinnig gut funktioniert hat, man hat im Grunde wirklich erstmal diese zwei zentralen Bühnen, nämlich die Werkhalle oder die Fabrik und auch wirklich die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter als ein geschlossenes Ganzes und zwar innerhalb der Fabriktore, aber auch außerhalb der Fabriktore als wirklich eine isolierte Eigeneinheit und dann hat man immer diesen Sprung nach München, der ja auch räumlich stattfindet, zu der Schule, wo man einen wahnsinnig engagierten Lehrer hat, finde ich zumindest, der eine tolle Figur macht und dann als dritten Ort noch diese Zivilgesellschaft, die dann vor Ort sozusagen ein bisschen die Brücke auch bindet zwischen, ich sag mal, den den Buh-Männern und Frauen, die die Institutionen vertreten, die hier aber auch, finde ich, überhaupt nicht vorgeführt werden, sondern tatsächlich sehr reflektiert als Stellvertreter da erscheinen und dann dieser beeindruckenden Sozialarbeiterin oder einen Sprachkurs, wo sich dann einfach die Ebenen wieder mischen, das fand ich, war wahnsinnig emotional gemacht und ich finde, wir müssen hier an der Stelle auch nochmal hervorheben, der Film macht momentan ja den Eindruck, als wäre es ein Gegenwartskommentar, also wir können die Namen zum Teil, der Name Tönnies ist in aller Munde, klar, aber auch die Orte, wie ich gesagt habe, Reda Wiedenbrück und der Wiesenhof-Schlachthof jetzt heute in Lohne, wo dann wieder diese Skandale ausgepackt werden und ich glaube, wichtig ist hier, dass die Dreharbeiten aber Jahre zurückliegen, also ich glaube, das ist eher so 2016, wo wir uns befinden und das auch schon, wo der Film, das kann auch sein, aber die beziehen sich viel auf Fälle aus dem Herbst 2015, ich habe das mal recherchiert, weil mich es interessiert hat, wo halt die Zeit auch den Tönnies als König der Schweine sozusagen tituliert hat in einem Pressebericht und ich finde einfach interessant, dass diese ganzen sozialen Problematiken damals sehr akut waren, also ein, ich glaube, wir wollen das nicht zu stark vorweg nehmen, aber einer der zentralen Fälle, da geht es auch um eine Leiharbeiterin, die ihr Kind im Offenen, also auf der Straße in einer Garage geboren hat und dann das Kind abgelegt hat, ein Fall, der dann vor Gericht gelandet ist und das wird auch nochmal einen ziemlich, ziemlich zentralen Strang dieses Filmes ausmachen, mit der Frage verbunden, ja, inwiefern sprechen hier soziale Zwänge oder inwiefern ist das zu verurteilen und ich finde genau diesen, diesen Weg der Verurteilung um Schiff der Film sehr, sehr stark in dem und da finde ich es genau das, was du gesagt hast, dieser Kommentar der Schulklasse wird so ein bisschen als gesellschaftlicher Kommentar aus dem Off immer wieder über die Szenen gelegt, das finde ich wirklich total toll, also es hat mich sehr berührt auch. Ja, es ist ein guter Weg, das nochmal in Kontext zu bringen, weil ich würde jetzt sagen, klassischer Dokumentarfilm hat seine Protagonistin, sein Thema begleitet die Menschen, führt irgendwie den Zuschauer daran, verbaut natürlich auch emotionale Bindungen auf und so weiter und übermittelt quasi die Inhalte über die Protagonisten, die auch tatsächlich irgendwas mit dem Sachverhalt zu tun haben, über den man da berichten möchte und das ist halt bei dieser Schulklasse genau nicht der Fall, die sind eigentlich überhaupt nicht damit verbunden, die, also man weiß jetzt auch nicht, wie freiwillig die überhaupt bei dem Stück mitmachen, aber sie beschäftigen sich halt inhaltlich mit dem gleichen Thema und das fand ich total stark, wirklich herausragende Leistung da von der Filmemacherin, diese Idee überhaupt zu haben, da sowas einzubauen und halt nicht nur vor Ort in Schlachthof-Nähe, sage ich mal, nach Inhalten zu suchen und da ist vielleicht auch noch was, was man erwähnen kann, dass wir tatsächlich niemals eine Aufnahme im Schlachthof sehen und tatsächlich, ich hatte mich vor, bevor ich den Film gesehen habe, nicht so weit damit beschäftigt und hatte eigentlich damit gerechnet, dass es ein Film wird, bei dem ich danach vielleicht nicht mehr so gerne Fleisch essen mag oder halt irgendwie, genau, irgendwie zum Vegetarier konvertieren muss, aber das war ja überhaupt nicht der Fall, sondern es geht überhaupt nicht um das Schlachten an sich und man sieht überhaupt keine Bilder vom Schlachten, sondern es geht einzig und allein um die Arbeitsbedingungen, unter denen da Gastarbeiter arbeiten müssen, hierzulande und genau, das fand ich halt vom Titel her nochmal interessant, dass es eigentlich eine ganz andere Wendung genommen hat, der Film, als das, was ich erwartet hatte und es auch nicht so grafisch war im Schlachthof, sondern auch die einzigen Aufnahmen von dem Schlachthof sind eigentlich versteckte Aufnahmen, hat man das Gefühl, vom Parkplatz oder so, wo quasi durch den Zaun durchgefilmt wird, manchmal Blätter und sowas davor sind, also so versteckt und man bekommt halt nur diesen Blick von außen auf dieses ganze Geschehen und hineinsehen kann man eigentlich nur durch die Augen der Protagonisten, die davon erzählen, die davon berichten. Man ist aber halt nie vor Ort beim eigentlichen Arbeiten. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch dieser Titel, Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit, würden ja erwarten lassen, die Arbeitsabläufe zu sehen und die sieht man nicht und was da spannend ist, man besucht die Protagonistinnen, also die ArbeiterInnen dann auf dem Campingplatz, wo sie zu sehr, im Grunde, wenn man das von außen sieht, unwürdigen Bedingungen zum Teil untergebracht sind und da wird dann auch nochmal deutlich, das Elend findet drinnen statt, aber da hat man auch mit einer Kamera keinen Zutritt und da kann man noch nicht mal Fotos machen, was dann einer der Arbeiter hervorhebt und das fand ich auch beeindruckend, weil das mich zurückbringt zu der Schule. Eins für mich, eins der, der zentralen Statements von einem Schüler war, dass er darauf hingewiesen hat, genau, dass das Problem ist, wir können nicht fühlen, wir können nicht nacherleben, was es heißt, 17 Stunden oder 12 Stunden an diesem Band unter diesen Bedingungen zu stehen und ich glaube, was hier spannend ist, da muss man sich dann ein bisschen auch mit dem Brecht'schen Theater auskennen, aber dass das Brecht'sche Theater ja genau der Versuch im Grunde war, Theater nicht nur als eine Form der Imagination und dass ich da jetzt hereingezogen werde, sondern auch deswegen diese Kommentare aus dem Off ständig und ich finde, der Film schafft hier wirklich das Unmögliche wahnsinnig gut, nämlich ohne diese Bilder zu bringen, die es ja gäbe, die wir uns auch vorstellen können, aber dass man trotzdem mit den Menschen mitfühlt und gleichzeitig, finde ich, macht er das auf eine nicht sehr moralisierende Art und Weise, weil wir kriegen auch mit, wie es unter den Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern starke Konkurrenz gibt, wie da auch Rassismus herrscht, ne, ich finde, es ist, es ist gar nicht so, dass es hier eindeutige Sympathiestrukturen am Ende gibt, das ist, das ist sehr, sehr feinfühlig gemacht und der Film lässt einen da dann auch am Ende, finde ich, relativ ratlos erst mal wieder zurück, also es gibt keine einfachen Antworten, finde ich, die der Film uns vorgibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ob du da irgendwie Lösungen... Ne, ich glaube aber, dass da schon ein bisschen, also ich, genau, ich sehe das nicht ganz so, würde ich sagen, ich würde schon sagen, dass, also für mich war eigentlich die Aussage des Films ziemlich eindeutig, ich fand, dass man da in einer ziemlich eindeutigen Aussage rausgehen kann und was ich auch fand, dass man eigentlich, wird einem der Spiegel vorgehalten, einem wird halt quasi gesagt, dass man was tun müsste, dass die Gesellschaft was tun müsste, dass wir aufbegehren müssen dagegen, gegen diese Arbeitsbedingungen, dass wir das irgendwie zulassen, dass wir das ertragen, dass wir das aushalten, dass Menschen hier so arbeiten und leben müssen, irgendwie zu einem, zum Mindestlohn arbeiten, aber irgendwie 60, 80 Prozent ihres Lohns gleich wieder in Miete, überteuerte Miete für Baracken abgeben müssen, kein Wort Deutsch können, niemals länger als sechs Monate am Stück angestellt sind und irgendwie keinen Arbeitsschutz zu genießen und Sozialabsicherung zu genießen, also diese ganzen Strukturen, die alle gesetzkonform sind, auch also, dass irgendwie Betriebe Subunternehmen haben, die sie beschäftigen quasi, um ihre Angestellten zu haben, das ist ja alles legal, also Tönnies macht da ja nichts Illegales und das ist eigentlich das, was der Film einem vorhält oder der Gesellschaft vorhält, dass wir diese Sachen dulden. Es ist alles rechtskonform, was da gemacht wird, aber es ist unmenschlich. Gerade das Interessante eigentlich, wenn man sich überlegt, dass der Film diese Thematik einfach auch rund aus den Diskussionen der 2015er, 16er, 17er Jahre betrachtet, dass sich eben nichts geändert hat und ich finde auch die Schulklasse, die du beschrieben hast, auch da wird gesagt, das Thema ist allen bekannt, auch wenn man das, es gibt dann eine Ratssitzung, eine Ausschusssitzung, wo die Sozialarbeiterin berichtet, wo alle sagen, klar, das ist nicht gut und man muss das ändern, aber ich glaube, genau diese einfache Zustimmung, dass es eigentlich alle ändern wollen, aber sich dann doch sehr wenig ändert, ist ein Punkt, der einem auch zu denken gibt und trotzdem stimme ich dir in deiner Interpretation völlig zu. Ich glaube, die Adressierung geht genau in die Richtung, die du gesagt hast, was ich auch ganz schön finde, aber ohne im Grunde einfache Lösungen letztlich aufzuzeigen. Ich glaube, es ist schon dieses Wegschauen. Die gibt es ja vielleicht auch nicht, aber ich finde, das macht ja auch den aktuellen Bezug so ein bisschen aus, dass wir jetzt ja auch gerade diskutiert haben, darum diese Behausungszustände der Leiharbeiter für diese Schlachthöfe irgendwie zu überdenken und vielleicht die Subunternehmen, also da irgendwie Regeln, Gesetze zu schaffen, dass das nicht mehr passieren darf, wegen Corona, nicht, weil das ohnehin schlecht ist und trotzdem hat sich da ja jetzt nichts getan. Absolut und in dem Sinne ist der Film auch eine moderne Reinszenierung dieses Brechtschen Stoffes der heiligen Johanna, weil da ja auch im Film nochmal stark drauf eingegangen wird, dass im Grunde genau für die Oberen wichtig ist, dass die Unteren unten bleiben und was für mich dann eine zentrale These war, das war ein Zitat, was gesagt wurde, halt die Mächtigen quasi die Steuern zahlen und da wird dann der Protagonist aus dem Brechtschen Stück zitiert mit, wer arbeitet die Gewerkschaften, die halt aufrebellieren und die Polizei lässt sie hetzen. Verdammt, geh sofort und ruf die Polizei an, nenn meinen Namen, frag sie, wofür wir unsere Steuern zahlen, verlang, dass man den Hetzern die Köpfe eintrommelt, sprich deutlich mit ihnen. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen wirklich zeitaktuell anguckt, gestern oder vorgestern gab es Demonstrationen vor dem Schlachthof von Tönnies, da sieht man dann halt auch, wie soziale Macht zum Teil funktioniert. Und ich glaube, das ist schon ein toller Punkt, den der Film macht, dass es eben schon darum geht, in einer gewissen Art auch die Systemfrage hier zu stellen und dass es eben nicht damit gemacht ist, sich zu überlegen, dass man fürs Fleisch vielleicht zehn, zehn Cent mehr zahlen muss oder so, sondern dass wir da schon auch auf eine massive Art wegschauen und einfach dieses Leid der ArbeiterInnen in Kauf nehmen anscheinend, weil es einfach ja bekannt ist. Und da fand ich jetzt diese Frage, auch brauchen wir Bilder, die uns noch mehr das Elend zeigen, sozusagen, um anders handeln zu können? Wirklich eine spannende Frage, also und wie hier ein Wandel möglich ist. Ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, man sieht, dass uns der Film beide sehr beschäftigt hat. Dass es auch ein Film ist, der, glaube ich, zum Nachdenken anregt. Eine spannende Frage am Ende ist ja immer, wen spricht das Ganze an? Ich glaube, man kann schon sagen, es spricht in erster Hinsicht auf jeden Fall alle Leute an, die sich für das Thema interessieren. Docfilm interessiert er im Allgemeinen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand auch wirklich die Art, wie hier Schnitte gemacht wurden und wie hier die Musik zum Einsatz gebracht wurde. Technisch gut gemacht, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also ein sehr solider Dokumentarfilm, absolut sehenswert und ich würde es sogar erweitern. Also eigentlich müssen es sogar mehr Leute sehen, als die, die sich für das Thema interessieren, um jetzt so ein bisschen vielleicht auch das Interesse des Films voranzutreiben. Also damit diese Botschaft quasi ankommt, muss sie eigentlich eine große Masse treffen. Von daher sollen das so viele Leute wie möglich sehen. Und wenn ihr nicht total abgeschreckt seid durch das, was wir sagen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den zu gucken. Genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort fast schon. Am Ende, am Ende soll man ja immer noch seine Meinung in Punkten angeben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit Schweineköpfen quasi hier unsere Liste machen, aber ich würde dem Film auf jeden Fall auf jeden Fall fünf von fünf Punkten geben, weil ich tatsächlich finde, der Film hat ein Thema gesetzt und ist tagesaktuell, aber er hat halt nicht auf das Thema aufgesprungen. Ich finde wirklich, das wäre ein Film auch unabhängig von der Aktualität und allem, der wirklich gesehen gehört und den ich Leuten ans Herz legen würde. Genau, ich würde das jetzt nicht als Vorwurf sehen, dass sie jetzt nicht auf die aktuellen Sachen, also der Film wurde halt einfach vorher gemacht und geplant. Die haben quasi Glück, vielleicht kann man noch sagen, dass es jetzt nochmal aktueller geworden ist. Dadurch gewinnt der Film auf jeden Fall an Relevanz und auf jeden Fall sehenswert. Und wenn ich es dann jetzt in Punkten noch ausdrücken müsste, würde ich auch viereinhalb von fünf geben. Ja, da sind wir doch bei unserer Besprechung bei neuneinhalb von zehn Punkten. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Schaut euch den Film an, bleibt dem Telestammtisch treu und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst wieder von aktuellen Filmen gemeinsam berichten können. Macht's gut, beste Grüße, bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Applaus